Also vor zwei Tagen lag ich hier auf dieser Wiese mit genauso vielen Menschen wie jetzt gerade, also mit niemandem. Ich und mein Hund waren hier und nach circa 45 Minuten kamen zwei Polizeibeamte von oben zu mir her und habe mich auf das momentane Seuchenschutzgesetz hingewiesen und daraufhin, dass es verboten ist, mit einer Decke auf der Wiese zu liegen. Auf Anfrage von meiner Seite, weshalb es denn jetzt nötig wäre, mir direkt ein Bußgeld zu geben, was der Fall war und nicht eine Verwarnung, stützte sich jedenfalls die Polizeibeamten auf die Vorgaben, die sie vom Polizeipräsidium wohl bekommen haben.